Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at Die Polizei sucht einen 51-jährigen Wiener, der im Bezirk Baden ein Auto mit Werkzeug, Bargeld und Rotex-Karte entwendet haben soll. Dieser Mann wird gesucht. Bild LPD Nü, ein Aus Iwer hat den Mann am Foto gesehen. Der 51-jährige österreichische Staatsbürger aus Wien steht im dringenden Verdacht, sich mit einem Firmenauto, Bargeld das er veruntreute und einer gestohlenen Rotex-Karte aus dem Staub gemacht zu haben. Der Mann verschwand am 29. Dezember. Seiner Firma aus dem Bezirk Baden entstand durch die Tat ein Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Das gestohlene Bargeld macht dabei eine niedrige vierstellige Summe aus. Im Auto befand sich auch teures Werkzeug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erging nun das Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung des Beschuldigten an die Medien. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise Inspektion Turmau unter der Telefonnummer 05913333315100 erbeten. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren. Kommentar lesen. Minimal. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. auf ich Untertitelung des ZDF, 2020